Willkommen zum Nächsten Eingespielten von Magnetize Ihr habt schon den Anfang gesehen Ey, wie kann man, was für ein kranker, gestörter Mensch muss man sein, um so eine Soundphysik zu machen? Sign, null, death, null Prozent Hört die auch nochmal auf? Oder Geht das ewig so weiter? Gut, dann müssen wir halt ohne Sound machen, das ist halt so Aber sowas will ich mir echt nicht antun, ey, ohne Scheiß Da wird mir nicht dumm im Kopf Gut, wir haben anscheinend Level 1 abgeschlossen Das ist einfach nur ein ganz normaler, ähm, linearer Weg gewesen Und anscheinend müssen wir immer alle boxen weiter mit ohne Scheiß Ey, was soll denn das? Was ist denn das für ne Musik? Touch the active Magnus Achso, wir sollen also einen Magneten Achso, wir dürfen ihn nicht gegen die Ach wir müssen, ah ok, wir halten Wir dürfen ihn nicht gegen die Wand laufen lassen Vier Tode Weil wir öfters mal Gegen die Mauer gefahren sind So, das ist Level 3 Jetzt mit einer steileren Kurve oder einer spitzeren Kurve Muss natürlich gucken Oh Gott, schlecht Hm, der ist grad ein bisschen zäher gewesen Zum rüberdenken So, Gott, oh Gott, so Jaaa Das ist eine App gerade Das haben wir jetzt haben Oh Gott, oh Gott, eh Ohne Witz, was sind das viele Spiele? Oh, ne, Level 4 natürlich Level 4 erstmal War, wo, ne Also, der Sound ist wirklich Wie sollte man denjenigen schlagen? Zumindest habe ich schon mal Ok, ich kann Achso, nur die, da stand gerade ein Tipp Nur die nächsten Magneten wirken Wir machen nochmal die 4 nochmal Und dann So und so Und da geht's da lang Und dann haben wir dort auch die 3 Kästchen Ist halt ein kleines Geschicklichkeitsspiel Ähm Jetzt nicht ganz so sonderlich anspruchsvoll Zumindest bisher Ok, der hat's doch noch grad so bekommen Oh Gott, oh Gott, nein Warum wir immer weiter da hinten lang Das hätte ich überhaupt gar nicht machen sollen Und wieder nicht, ok Ja, vor allem, wenn ich rechts tippe Ist das trotzdem mein Magnet Und er geht nach links, ne Das ist, ja Gott, oh Gott Beim ersten Mal ging's richtig gut Und jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, ein paar versuchen Ich hab' ich's nicht mehr Das ist ja meistens immer so Am Anfang immer ein bisschen Glück Und dann verkackt man ununterbrochen Und dann verkackt man ununterbrochen Das ist, ja Kennt man ja Keine gestörte, dreckige Kackmusik mehr Oh mein Gott, gut Dann kann man die Musik Ich hab' nichts mehr anmachen, ey Level 7 Oh, ne 4 So sieht's zumindest aus Ununterbrochen 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 Natürlich Ununterbrochen Anerkannte Noch ein P Nochmal Exakt dasselbe Auch von unten bestimmt, ne Na, war klar Dachte ich mir Umzug, ne Schafft desjenige jetzt auch Hmm Zu weit Knapp Schade Dann lassen wir ihn mal gegen die Wand laufen Ja, so sieht es gut aus Oh Gott, okay Ganz normal weiter Level 9 auch geschafft Von oben und von unten Was haben wir hier? Was ist das denn? Oh Gott, oh Gott Swing during the point of tankless Ist das am einfachsten? Hä? Ist das noch in der Mitte oder wie? Wie soll es gehen? Soll ich hier in der Mitte noch mal rein oder wie? Okay Okay Ich kann mich anscheinend noch ein bisschen näher in die Mitte bringen, oder? Komm in die Mitte Schön Oder auch nicht Hä? Willst du dich verarschen? Achso, ich muss rechts wieder raus, oder wie? Ja, okay, kann auch sein Dann muss ich einfach wieder raus, wo ich drin bin Ja, ein bisschen viele Tode gehabt Das ist ein Magnet, der sehr, sehr weit weg ist Kann nur sehr, sehr schwer zu lenken sein dann Ja, wie gesagt Ja, wie gesagt, sehr Sehr schwierig Halb, weil er sehr weit weg war Oh, das ist aber ein größerer Magnet Das hast du wahrscheinlich sehr stark Ja, naja Zu spät Da wollte ich jetzt gar nicht drauf tippen Da war mein Finger zu dicht dran Alter, wird sich verarschen Gehen doch gerade auch, ne? Das wird geklappt Aber nein, ich dachte Kack gehen Naja Wenigstens mit zwei Dingern durch Wenigstens mit zwei Dingern durch Oh, der ist recht einfach Der Nächste Ja, wieder ein stumpfes Spiel halt, ne? Aber doch nicht so einfach Wow Da hätte ich weiter gedrückt halten sollen Oh, scheiße Okay Reicht mir Kein Bock mehr Wen ihr spielen wollt Magnet heißt In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu dem Spiel Ist halt ein Minigame für zwischendurch Das ist halt Gibt unglaublich viele Level More Free Star to Unlock Oder zwei Level 20 Ist endlich das Letzte Aber wobei das Letzte von diesem Cube Vielleicht könnte es sein Von dieser Cube Seite Dann haben wir noch den hier Und den hier Wahrscheinlich wenn man umdrehen kann man auch noch Ähm Was haben wir hier noch? Gibt noch mehrere Würfel wahrscheinlich Also das kann man sicherlich eine Weile spielen Ähm Ja, wer es wie gesagt Spielen möchte Videobeschreibung findet ihr Links dazu Vielen Danks Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao